Hallo, ich heiße Angela Katschke und ich bin die Gründerin und Direktorin vom Butterfly Art Project, eine Organisation in Südafrika, die Community Art Facilitators ausbildet. Wir zeigen Erwachsenen, wie man kunsttherapeutische Methoden zu den Kindern bringt, damit die ihre Traumata heilen können. Wir haben in einer Gemeinde, die sich Frechrund nennt, ein Kunstzentrum, in dem 240 Kinder jede Woche für ihre heilenden Kunstklassen kommen. Und das wird seit Jahren massiv von der Peter-Ustinov-Stiftung unterstützen. Wir freuen uns riesig, mit der Peter-Ustinov-Stiftung den 100-jährigen Geburtstag von Sir Peter Ustinov zu feiern und wünschen alles, alles, alles Gute. Happy Birthday!